Hallo und herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Expertenkanal der Hochdrehimmobilien GmbH. Mein Name ist Felix Hoffmann und in dem heutigen Video erkläre ich Ihnen, was denn eigentlich Annuität bedeutet, wenn Sie einen Immobilienkredit aufnehmen. Viel Spaß beim Ansehen dieses Videos. So, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video heute, in dem ich Ihnen einmal ganz simpel erklären will, was denn eigentlich das Wort Annuität bedeutet. Sie haben es bestimmt schon mal gehört, wenn Sie eine Immobilie finanzieren, dann wird Ihnen die Bank in der Regel ein Annuitätendarlehen anbieten und die Annuität ist nichts anderes als die Summe aus Zins und Tilgung, also quasi einmal die Gebühr für das Leihen des Geldes bei der Bank und die Rückzahlung, die quasi in die Tilgung des Kredites läuft, in einem zusammen. Das nennt man Annuität. Also wenn Sie jetzt im Prinzip einen Kreditvertrag unterschrieben haben und haben 2% Zinsen und 3% Tilgung, dann beträgt Ihre jährliche Annuität 5% und diese wird in der Regel monatlich geleistet, aber im Bankenwesen spricht man von der Annuität über das Jahr gesehen. Wie gesagt, 2% Zinsen, 3% Tilgung macht eine Annuität von 5%. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich ganz einfach erklären, was es mit dem Wort Annuität auf sich hat und was es bedeutet. Falls Ihnen das Video gefallen hat, geben Sie uns gerne einen Daumen nach oben, ein Like, da würden wir uns sehr drüber freuen und falls Sie Freunde und Bekannte haben, für die das Thema aktuell interessant sein könnte, dann teilen Sie das Video gerne mit Ihnen. Ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal, Ihr Felix Hoffmann. Bis zum nächsten Mal.